Und wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play The Witcher. Keine Ahnung, welche Folge mittlerweile 192 dürfte es sein. Und da wir uns beim letzten Mal schon ausgiebig, ja mehr oder weniger ausgiebig, mit den Tränken und den Charakteren befasst haben, werden wir dasselbe dieses Mal mit Orten und dem Glosar tun. Was jetzt mit den Ungeheuren ist, weiß ich immer noch nicht. Je nach Laune. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Gut, in The Witcher, in diesem langen, langen Let's Play sind wir bisher an unglaublich vielen Orten gewesen. Einige Orte sind uns im Gedächtnis geblieben, wie zum Beispiel die scheiß Kikimorenhöhle, wo wir zwar den Professor ausgeweidet haben, aber uns auch eine riesige Bestie verfolgt hat, die dafür gesorgt hat, dass wir die Höhle einstürzen lassen mussten und das war sehr frostig. Wenn ihr wisst, was ich meine, wisst ihr, was ich meine. Ach, 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 schlecht. Ja, andere Orte hingegen haben wir vergessen. Zum Beispiel Talers Haus. Warum haben wir Talers Haus vergessen? Ich kann's euch sagen, weil der Kerl ein verdammter Cheater ist. Er hat mich über den Arsch gezogen und, naja, sowas verdrängt man mal gerne. Gut. Ohne lange weiter zu schwafeln, werde ich dann jetzt auch anfangen. Ich werde mir nur nochmal Orte durchlesen quasi, die ich noch gar nicht durchgelesen habe. Aber wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, die Elfenhöhle hatten wir schon abgeschlossen. Die Goft auch. Wow. Trotzdem bleibt hier viel übrig. Und deswegen fange ich jetzt an. Sonst schaffe ich das nie. Gut, wir fangen an mit Anderlingsviertel. Ich dachte eigentlich, dass es hier alphabetisch geordnet ist, aber irgendwie ist die Elfenhöhle oben und darunter das Anderlingsviertel. Das verstehe ich nicht wirklich. Naja. Anderlingsviertel. Im Tempelbezirk von Vizima ist ein separater Bereich, den Elfen und Zwergen vorbehalten. Hier sollen sie leben und arbeiten. Sollte jemand das Anderlingsviertel besuchen wollen, so geschieht das auf eigene Gefahr. Wir erinnern uns an dieses Viertel. Und im Grunde steht da nichts. Da steht wirklich überhaupt nichts. Und ich frage mich gerade, warum Kalkstein im Anderlingsviertel wohnt. Ich meine, er ist ein Mensch, ja. Oder... Naja gut. Es gab ja diese Spekulation, er würde von Gnomen abstammen. Ob das was damit zu tun hat? Wahrscheinlich ein Wink mit dem Zaunfall. Aber ansonsten ist das Anderlingsviertel wirklich dreckig. Und ja, eigentlich gibt's da nichts. Vivaldi hat auch dort gewohnt, aber wie auch immer. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Das Bankhaus Vivaldi. Oh ja, daran erinnern wir uns auch, das war im Händlerviertel. In Visima gibt es, wie in jeder größeren Stadt, eine Filiale des im Zwergenbesitz befindlichen Bankhauses Vivaldi. Uh, in jeder größeren Stadt? Wow. Es befindet sich in einem massiven Gebäude mit dicken Mauern aus Stein. Gepanzerte Tresore werden von bis an die Zähne bewaffneten Wächtern beschützt, während sich die reichen Kunden auf einen diskreten, professionellen Service verlassen können. Obwohl die Bank hohes Ansehen genießt, machen Gerüchte die Runde, wonach sie kürzlich von einem anonymen Investor übernommen worden sein soll, der einen finanziellen Engpass des Inhabers ausnutzte. Ja, wir haben das quasi live miterlebt. Wenn man mal nur bedenkt, was in Kapitel 3 geschehen ist. Oder auch in Kapitel 2, wo wir den Inhaber Vivaldi sogar als Verdächtigen hatten, weil er die Salamandra unterstützen würde finanziell. Aber wenn da nicht dieser unbekannte Investor gewesen wäre. Wie auch immer. Jedenfalls, ich glaube das Bankhaus ist noch gut im Gedächtnis haften geblieben. Ach, und ein Ort, den ich besonders gerne mag, das Gasthaus zum Haarigen Bären. Wie oft haben wir dort unsere Zeit verbracht? Ob wir jetzt gesoffen haben, ob wir jetzt irgendwelche Leute zusammengeschlagen haben, oder ob wir mit Zoltanen geredet haben. Keine Ahnung. Wir haben dort viel erlebt. Der Haarige Bär ist eine Absteiger für die Anspruchslose... für die anspruchslose Klientel. Ich fasse das jetzt mal als Beleidigung auf, Glosar. Das ist nicht sehr nett. Der Schank wird knausert ganz offenkundig mit der Seife. Das Bier dagegen wässert er großzügig und die dünnen Matratzen muss man mit Ratten teilen. Doch fast jeder kann hier die Unterhaltung finden, die er sucht. Stimme ich zu. Freunde illegaler Faustkämpfe, Gauner und Trunkenbolle kommen alle im Haarigen Bären auf ihre Kosten. Und Hexer. Mit dicken Eiern. Es heißt, dass man dort sogar die illegale Droge Fistech kaufen kann, falls man einen Drogenhändler namens Coleman findet. Das stimmt ebenfalls. Unter anderem finden sich dort auch berühmte Persönlichkeiten wie Boxfleisch. Oder der Spieler. Oder andere Idioten. Es gibt genügend. Das Kloster des Orts. Ja, man konnte dort nie reingehen. Fällt mir grad auf. Vielleicht kommt das ja noch. Es gibt nur einen Hafen von Recht und Gesetz in Vesimas Tempelbezirk. Es ist das Kloster. Sitz des Ordens der Flammenrose. Scharlachrote Banner mit dem Symbol der Rose flattern vor dem Eingang. Nur Befugte dürfen eintreten. Anfrage sollten an Siegfried gerichtet werden, dessen Büro und ein Behäuser liegt, die dem Orden gehören. Ich hätte die Chance gehabt, dem Orden beizutreten als Ritter. Aber wer will das schon? Wieso auch Geralt? Ich meine, er ist Hexer. Und ich habe ja schon erwähnt in den letzten Videos, dass es nicht Geralts Wunsch oder Mission ist, sich einer Partei anzuschließen. Alleine schon aus den daraus resultierenden Fesseln. Die kann Geralt nicht gebrauchen für seine Arbeit. Und ja, je mehr Mitgliedschaften, desto mehr Personen ist man unterwürfig. Und das ist nicht Geralts Weg. Oh, an das Ding erinnern wir uns auch. Auch wenn hier so ein Graspüschel im Bild ist. Der Ort ist ein anderer. Druidenkreis auf den Feldern. Auf den Feldern rund um das Dorf wiegt sich goldenes Getreide stolz im Wind. Die malerischen Ruinen eines alten Klosters und die winzige Hütte eines Einsiedlers verleihen dem Ort zugleich ein märchenhaftes Flair. Jüngst stört er jedoch das Auftauchen von Mittagserscheinungen, riesigen Tausendfüß und dann verschlingern die Idylle. Es ist erstaunlich, wie viel alte Magie dieses Land noch birgt. Hier steht der Druidenkreis, mit dem die Weisen die Zeit messen und einigen Theorien zufolge die Zukunft für Ersagen können. Das einzige, was ich mit diesem Ding verbinde, ist die Jagd. Auf die wilde Jagd. Das hat ganz schön viel Erfahrung eingebracht. So, jetzt haben wir ein Gasthaus ohne Namen. Äh, ja, es handelt sich wahrscheinlich um das Gasthaus in Kapitel 1. Da erinnert ihr euch sicher auch dran. Hallo, dort wurde mal ein Gemetzel veranstaltet. Natürlich kennt ihr das noch. Das Gasthaus im Umland wurde für Reisende und Kaufleute erbaut, die unterwegs nach Vysima sind. Der Besitzer hat es mit einer hohen Palisade umgeben. Das Gasthaus bietet keinen übertriebenen Komfort, aber man kann die Nacht dort in Sicherheit verbringen und eine Mahlzeit zu sich nehmen. Der Schrankwerk bietet eine breite Palette an Alkohol an. Es ist ein beliebter Treffpunkt für die Bewohner des Umlands, daher findet man immer jemanden zum Reden oder Würfeln. Das stimmt definitiv. Wir haben dort Kalkstein kennengelernt. Wir haben dort Leuwarden kennengelernt. Wir haben dort allerlei Gesöchs kennengelernt. Wir haben dort auch, glaube ich, Shani. Nein, Shani haben wir vor dem Gasthaus kennengelernt. Oder kannte Geralt sie nicht schon vorher? Ach, ich bin verwirrt. Egal. Gasthaus in Trübwasser. Der beste Hinweis, der einen müden Reisenden zum Gasthaus führt, ist der Geruch von Brutzeln, Speckgekochten, Kohlen und manchmal sogar der berühmten Omelette aus Wüvern-Eiern. Ja, das stimmt. Die haben wir extra sogar besorgt, die Eier. Eine Wahrsagerin liegt in einer kleinen Hütte, die an der Seite der Taverne kauert. Das hat uns nicht viel gebracht. Ich mag Abigail einfach nicht mehr. Das vierte Kapitel hat mir Abigail versaut. Naja, wie auch immer. Wir können jetzt das beliebteste Gasthaus in The Witcher wählen. Ta-da-da-dam. Zur Auswahl stehen das Gasthaus Neunaracord, das Gasthaus Marek Bären, das Gasthaus in Kapitel 1 und das Gasthaus in Kapitel 4. Na? Welches ist das beliebteste Gasthaus? Ich kann's euch sagen. Keines davon. Einfach nur keines davon. Warum dürft ihr für euch selbst entscheiden? Haus der Königin der Nacht. Oh ja, das Edelbordell im Händlerviertel. Für Leute, die nicht darüber klagen können, ihr Säckel wären zu leicht. Okay, das ist jetzt auch schon wieder leicht doppeldeutig. Bietet das Händlerviertel für Simas Unterhaltung auf höchstem Niveau. Im Haus der Königin der Nacht harren die schönsten Frauen der Freier und verheißen raffinierte Sinnesfreunden sowie die Möglichkeit, den langweiligen Alltag zu vergessen. Einige Leute scheinen einfach nicht zu kapieren, dass dort Vampire wohnen. Aber egal. Haus des Detektivs. Da wohnt jetzt sein Schmerz. Aber das ist egal. In Visima kann man, wie in vielen anderen Großstädten des Nordens, die Hilfe eines Detektivs in Anspruch nehmen. Der Experte für delikate Angelegenheiten, diskrete Ermittlungen und das Aufspüren von Verdächtigen ist. Detektiv Raimund Marlöwe steht Tag und Nacht in seinem Büro zur Verfügung. Das ist überhaupt nicht up to date. Er ist tot. Händlerviertel. Ein etwas längerer Artikel. Im Händlerviertel von Visima herrscht geschäftiges Treiben. Dort wohnt die gesellschaftliche Elite der Hauptstadt. Adelige, wohlhabende Kaufleute und Stadtvolk. Zauberer und sogar Stadtvolk Valorant persönlich. Man hält die Kopfsteinpflaster sauber. Lehmziegelhäuser mit Blumen in den Fenstern, die dicht an dicht in den schmalen Straßen kauern, zeugen vom Wohlstand ihrer Bewohner. Schließlich kann sich nicht jeder ein Haus im besten Stadtviertel in unbemittelbarer Nachbarschaft von volltes, höchstpersönlich, höchst eigener Burg leisten. Die wir bis jetzt noch nicht besucht haben, aber vielleicht kommt das ja noch. Im Händlerviertel gibt es einen großen Marktplatz, wo Kaufleute Luxuswaren aus aller Welt anbieten. Gleich daneben findet man das eindrucksvolle Rathaus. Aufgrund der Quarantäne können derzeit nur wenige Leute, die dafür im Besitz eines Freiwigs sein müssen, diesen Teil Visimas betreten. Wir haben es trotz alledem geschafft. Sonst hätte es Kapitel 3 nie gegeben und wir wären direkt in Kapitel 4, wenn überhaupt die Ereignisse von Kapitel 2 alleine dazu geführt hätten, dass wir in Kapitel 4 gekommen wären und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Kermorhan. Oh man, ist das lange her. Wie lange ist das her? 100? 180 Episoden, dass wir Kermorhan verlassen haben? Ziemlich lange. Kermorhan ist eine unzulängliche Bergfeste, in der seit Jahrhunderten die Hexerzunft ihr Hauptquartier hat. Der Name leitet sich aus Elfensprache ab, in der Kermurien, so viel wie Festung vom Alten Meer, heißt. Die Burg hat ihre besten Zeiten längst hinter sich. Zinnen und Burggräben sind verfallen. Ein kalter Wind weht durch die geräumigen Hallen. Momentan lebt nur eine Handvoll Hexer hier, aber einst absolvierten viele Knaben die grausame Ausbildung im berüchtigten Höllenloch von Kermorhan. Also, dass die Festung nicht mehr die beste Zeit genießt, das konnten wir im Prolog erkennen. Trotzdem haben wir einer Belagerung standgehalten. Wir können froh darauf sein, auch wenn ein Hexer gestorben ist. Für den wir eigentlich immer noch, ja doch, wir haben Rache eigentlich geübt. Bis auf Azar Javed, diesen Penner. Das Laboratorium. Das berühmte Hexer-Laboratorium birgt die bestgehüteten Geheimnisse der Bruderschaft. Mutagene Pflanzen, halluzinogene Pilze, natürliche Stimulantien und Zutaten für Tränke. Hier müssen sich die jungen Lehrlinge der unglaublich schmerzhaften Prüfung der Gräser unterziehen, die nur wenige überleben, die dann allerdings mit übermenschlichen Kräften ausgestattet sind. Im Laboratorium, ja, wurden die Hexer-Geheimnisse gestohlen. Echt ein trauriges Ereignis. Ich frage mich, was Azar Javed noch alles damit vorhat. Wir werden es wahrscheinlich noch sehen. Neu Narakord. Da haben wir doch das gute Stück. Die Absteige von Declan Leuwarden. Das Neu Narakord ist ein großes und vorzügliches Gasthaus, in dem sich die bedeutendsten Leute wie Simas treffen. Man kann sich bei einem Glas Wein eines angeregten Gesprächs erfreuen. Man kann Würfel oder seine Kräfte mit den besten Faustkämpfern der Stadt messen, die lächerlich sind. Ich hab's erlebt. Abends finden Neu Narakord Empfänge statt, bei denen nur geladene Gäste Einlass finden. Selbst wenn, Geralt hätte sich den Weg freigeschlagen. Kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Artikel. Und zwar dem Artikel von Nilfgaard. Hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt aus der Karte von Nilfgaard. Unter anderem gehören wohl Ebbing und Etolia dazu. Und ein paar Flüsse. Naja. Das Kaiserreich Nilfgaard ist ein mächtiges und altes Land weit im Süden. Seine Hauptstadt ist die Stadt Nilfgaard. Toll. Die am Fluss Alba liegt. Das Reich wuchs durch Eroberungen, nachdem es sich alle angrenzenden Königreiche einverleibt hatte. Nur die Bewohner der Ländereien nahe dem Fluss Alba haben das Recht, sich Nilfgaarder zu nennen. In den Adern dieser Völker fließt ein erhebliches Anteil Elfenblut. Ihre Sprache ist eine Variante der alten Rede. Das Kaiserreich ist aggressiv und gierig. Vor fünf Jahren ging der Krieg mit den nördlichen Königreichen zu Ende. Aber trotz des Friedensvertrages hat Nilfgaard seine Ansprüche auf die nördlichen Territorien nicht aufgegeben. Ich hasse solche Aggressoren. Die einfach nur alles erobern wollen. Man erinnere sich an... Nein, lassen wir das. Das wäre nicht gut.